Herr Streich, was halten Sie vom Sechs-Punkte-Spiel? Sie haben ja jetzt gleich zwei voller Frust, Nürnberg, Stuttgart und Rauschweig. Was halten Sie vom Sechs-Punkte-Spiel? Haben Sie eine Sportart, die sechs Punkte gibt? Haben Sie eine? Kennen Sie eine Sportart, die sechs Punkte gibt? Die haben das um die Redaktion, hat sie sofort geschlossen. Die Redaktion. Fragen Sie mal die in der Redaktion. Die sagen auch noch, entscheidet sich die Vereinbarung, dass Krieger zugehört werden kann in den nächsten Beispielen, deswegen los. Nein, in den nächsten Sieben.